Mr. Mike Mr. Mike Yo, es ist Mr. Mike Wie der Videotitel schon sagt, verkaufe ich ein paar Basketballkarten Philipp hat nicht mehr mich angeschrieben Der guckt regelmäßig meine Openings von meinen Kartensammlungen Immer wenn ich mal wieder ein Pack habe Hier habe ich auch noch eins, kommt auch demnächst Deshalb abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr sowas nicht Und der hat in den Videos gesehen, dass ich ein paar interessante Karten habe Die er gerne haben möchte Ich habe ihm letztens schon eine LeBron James Karte verkauft Das ist mega cool, schreib mich einfach an, wenn du eine Karte haben möchtest Sag einen Preis und wenn man sich einigen kann, hey, sofort mal Er hat mir jetzt drei Karten geschickt Die hole ich jetzt hier raus Also erstmal suchen Dann gucken wir, was ich dafür bekommen habe Und dann könnt ihr mir gerne Feedback dafür geben Ob der Preis gerechtfertigt war Oder ob ich da einen enormen Verlust gemacht habe Das Wichtigste jetzt erstmal überhaupt ist Diese drei Karten hier finden Weil Ordnung ist so ein bisschen Ja, ich weiß nicht Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern Und deshalb habe ich gleich gesagt, hey, ich mache ein Video dazu Die einen Ja, ich habe wenigstens so ein bisschen geordnet Das sind wirklich aus den 90ern Da sind die schon mal nicht dabei Die einen waren Flux-Karten Flux Da können sie auch nicht dabei sein Also North Carolina Okay, so ein bisschen Ordnung ist ja doch drin Das finde ich jetzt schon mal gut Merke ich jetzt schon mal Hier alles 90er, 90er, 90er Brauchen wir alles nicht Das geht gleich los Warte mal Topaz Aber vielleicht der eine oder andere Der jetzt ja auch ein paar Karten dafür entdeckt Also gesucht werden Ja Morant Rookie Karte Und Tyrese Halliburton Rookie Karten Zwei Stück So Also Wollen wir mal gucken Wir fangen hier an Trae Young auch sehr nice Ah, die Detlef Schlempf Die finde ich auch ziemlich cool Das ist alter Klassische Classic Ja, aber das ist ja schon wieder alles 90 Die Magic Johnson, die ist auch nice Ja, warte mal Das sind ja alles alte Karten Jetzt warte mal Das ist ja wieder 90er Die müsste ich ein bisschen ordnen So, die ist auch nice Express Lane Die habe ich letztens von Jason Williams wo gesehen Die fand ich auch ziemlich cool Gary Payton Ah, das sind die Denkarten Da ist schon mal nichts dabei Spare ich mir ein bisschen Arbeit Die zeige ich euch jetzt hier mal nicht Hätte ich jetzt gedacht Ist sie aber nicht Ist ein bisschen eigentlich Ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schreibt mich an, faire Preise aber, sonst werden eure Nachrichten ignoriert natürlich, selbstverständlich. Und das hier sind jetzt die drei Karten, die er haben möchte. Um diese drei Karten hier geht es. Kostenpunkt 43 Euro inklusive Versand, habe ich mit ihm ausgemacht. Und da jetzt gerne mal eure Meinung dazu. War das gerechtfertigt, guter Preis oder sagt ihr Mike? Nächste Woche sind die 5.000 Euro wert. Viel begeben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yoer Mr. Mike 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 Yoer Mr. Mike 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 Mr. Mike Mike Yoer Mr. Mike 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 Mr. Mike 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 Vielen Dank.